Sechzehn Jahreszeiten und Wetter Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer Der Herbst und der Winter Der Sommer ist heiß. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Der Winter ist kalt. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Es ist kalt. Es regnet. Es regnet. Es ist windig. Es ist heiter. Es ist heiter. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Es ist warm 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 heute.